Herzlich willkommen bei babyartikel.de. In dem folgenden Video präsentieren wir Ihnen den Hochstuhl Alpha von Haug. Die vielseitigen Verstellmöglichkeiten und die hochwertigen Materialien zeichnen diesen Hochstuhl aus, der Ihrem Kind ab dem sechsten Lebensmonat bis zu seinem zehnten Lebensjahr ein bequemes Sitzen ermöglicht. In den ersten Monaten sichern der Schrittgurt und der Frontbügel Ihr lebhaftes Kind. Je nach Wachstumsphase können Sie den Hochstuhl individuell einstellen und das Sitzbrett und die Fußstütze an die Körpergröße Ihres Kindes anpassen. Sie werden einfach eingeschoben und mit Schrauben verspannt. Bei älteren Kindern können Sie den Schrittgurt herausziehen und den Frontbügel entfernen. So kann Ihr Kind mit Ihnen am Tisch sitzen und hat bis ins Schulalter seinen eigenen passenden Stuhl. Dank gummierter Füße ist der Hochstuhl standfest und kippsicher. Die Seitenteile bestehen aus Massivholz, das Sitz- und Fußteil aus Verbundholz. Die Teile sind nicht mit gefährlichen Lacken, sondern mit einer Lasur überzogen, durch die auch die Holzstruktur schön zur Geltung kommt. Die zeitlos schöne Form und das klassische Holzdesign in vier verschiedenen Farben passen in jedes Wohnambiente. Deshalb sollte dieses Qualitätsprodukt auch in Ihrem Zuhause nicht fehlen.